Mein Dasein ist schlau. Daher ist Leben meine logische Grenze. Vielleicht ist mein Dasein aber auch nur wachten, bis ich geküsst bin. Als ein auf ein anderes Sein aus sei, in der Auszeit des Seins. Nein, er in seiner Verlängerung. Hier geht ein Prinz vor! Noch ein Tor! 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 Prinz vor! Ich würde gern was erleben. Da bin ich von der Unfähigkeit aufzuwachen gelähmt. Die Frage ist, sind Sie überhaupt der auf den ich warten soll, bis er mich küsst? Ich stelle diese Frage lieber nicht, weil ich ja auch nicht weiß, wer ich sein werde, wenn ich aufgewacht bin. Dazwischen werde ich tot gewesen sein. Das heißt, ich bin derzeit immer noch tot. Aber ich darf mich nicht in den Tod auflösen und zu einer Nichtigkeit machen, sondern mir ist umgekehrt die Aufgabe gestellt, mir den Tod reinzuziehen, bis ich fast petze. Aber warum soll gerade ich sogar am Tod noch dermaßen schuften, nur um dann immer noch nichts als tot zu sein? Nächste Frage. Als was erwacht man? Als was erwacht man? Wen werden Sie küssen? Ich habe Sie nie zuvor gesehen. Woher soll ich wissen, wer Sie vorher gewesen sind? Sie kommen einfach daher und sagen, Sie seien Prinz. Na schön, Sie müssen es wohl auch sein, denn ich scheine in diesem Moment aufgewacht, was nur durch Sie möglich ist. Aber egal wer Sie sind, ich muss ohne dies nehmen, was ich kenne. Ich spreche nicht im Schlaf, aus dem ich gelegentlich aufwache, sondern ich bin jetzt offenkundig wirklich wach. Wollen Sie mir sagen, wer ich bin? Wer mich doch bereits aus diesem Kuss schließen darf, wer Sie sind. Da bin ich Ihnen aber einen Schritt voraus. Heißen Sie nur Prinz, oder sind Sie es? Witz sind Sie, müssen es sein. Siehe oben, Sie trieb ich auch. Aber wer sind Sie eigentlich wirklich? Welches Land gedenken Sie zu regieren? Ich wette meins. Und dafür habe ich mich an diesem Dorf gestochen, oder was das war? Ich kramte noch sinnlos in mir herum, nach der Ursache des heftig einsetzenden Schmerzes, obwohl ich den Dorf, an der Spitze gedenken, ja sehen konnte. Und dann war ich weg. Aus filmres Wände. Wer bin ich? Wo bin ich? Mir fällt jetzt ein, dass Sie den Stein müssen. Und ich füge mich dieser Wahrheit Ihres Seins. Naja. Viele werden mich um Sie beneiden. Mich selbst auch, denn ich bin ebenfalls eine Prinzessin. Ich taufe auf Cover-Votos auf. Aber auch die können mir nicht sagen, wer ich wirklich bin. Vielleicht sind alle Menschen, die es gibt, Prinzessinnen und Prinzen. Alle Leute, die ich kenne, sind jedenfalls eine Hecke. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und die Großen sind unerbittlich mit Ihnen, wie die Natur zu der Natur. Ich erinnere mich vage. Großen? Ich kann mich schon verunsichern. Was steht da? Eine Frau sagte. Es war eine Form von Wahnsinn. Und sie sagte. Durch ihn hoffte ich endlich leben zu können. Und sie sagte. Ich wollte nur durch ihn leben. Und es war, als hätte ich meine Seele erst durch ihn gefunden. Als wäre ich nichts als eine leere Schale. Und erst er erfüllte dich. Und zwar mit... Liebe! Bravo! Diese Frau wurde soeben erschaffen. Und ich darf die Erste sein, die ihr dazu gratuliert. Die schaut sich jetzt einen Mann an und scheint genau zu wissen, mit wem sie es zu tun hat. Die stellt sich jetzt hin, um das Ganze einzurexen und haltbar zu machen. Anstatt zufrieden wiederzukäumen, was sie hatten, sie über den saftigen Weiden zu freuen. Die fragt jetzt ihre Eroberung. Bist du auch heute noch derselbe, der du gestern warst? Wirst du auch morgen noch derselbe sein? Übermorgen! Nachdem ihr ihre ganze Seele geborgen ist, will sie von ihm auch doch wissen, wer er ist. Unglaublich! Und wenn er dann einsam, bricht alles in ihr zusammen. Und bei mir kann wenigstens nur diese selber gebaute leichte Hecke aus dem Baumarkt zusammenbricht. Treten Sie einen Schritt zurück!